Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Wir haben immer noch ein bisschen zu wenig Kohle hier drüben, glaube ich. Was aber okay ist. Wir haben hier drüben irgendwie ganz wilde Sachen in Häusern. Und ich möchte eigentlich mal gucken, ob ich irgendwo Spine es da habe. Das Game lag bei mir immer noch ein bisschen rum. Ich weiß nicht warum. Wir haben wahrscheinlich echt keine Spine es da. Das ist natürlich schön. Okay. Gut. Was mache ich denn jetzt die Folge? Ich weiß es noch gar nicht. I guess ich muss noch mehr Häuser bauen, weil die Leute schon wieder voll sind. Aber eigentlich müssten wir die Häuser noch mal upgraden. Weil eigentlich das ist eigentlich schon zu viele Häuser, was ich hier habe. Weil hier, obwohl die Taberne ist, ist hier noch in Range. Ja, okay, gut. Eigentlich sind die hier unten zu viel. Aber das ist okay. Das Lagerhaus hat sieben Holz eingelagert. Oh, fuck. Oh, so bad. So bad. Okay, was wir machen könnten. Pass mal auf. Wir könnten mal irgendwo hier drüben. Äh, keine Ahnung wo. Aber irgendwo, irgendein Typ, der weiter weg ist. Hier, Ohal. Ja. Wo ist in dem sein, in der Hauptstadt. Was passiert denn? Pass mal auf. Wir probieren mal den hier. Okay, add money. Ich werde jetzt hier 1000 adder. Nee, eigentlich, das will ich nicht machen. Okay, pass mal auf, was wir machen. Ich will das mal ausprobieren, ja. Okay, wir kriegen hier zwar durch die Embassy was, aber... Achso, ich muss die Military Cards hier wieder rausholen, ne. Ah, das ist ein bisschen nervig. Okay. Never mind. Ich dachte, man kann die hier benutzen vielleicht. Äh, was wir machen könnten. Okay. Ja, okay, jetzt sind wir Freunde mit denen. Das ist auch gut. Äh, Foreign Quarter. Machen wir das mal. Setzen wir das mal hier rein. Die, wo wir gerade einnehmen wollten, ne. Das sind unsere besten Freunde jetzt. Oh, okay, wir haben keinen. Oh, es kostet ordentlich Geld, aber es bringt ordentlich Influence Points. Okay, pass mal auf. Das hier. Ist das ein... Oh nein, ich glaube, es ist auch, äh, keine... Okay. Never mind. Haben wir denn hier... Okay, Birka, ja. Nee, äh, ja, da geht's. Okay. Die haben eine Mauer. Oh, wow. Okay. Okay, wir brauchen viel mehr Militär für sowas. Was ich jetzt einfach mal machen werde. Das Ding ist, die sind, ich glaube, mit die Besten immer noch. HP. HP. Okay. Von HP her zumindest, ja. Ignorce Wall Defense. Das ist schon mal... Ist eigentlich ganz geil. Weil die dann die hinteren Truppen damagen. So viel können wir machen. So viel Geld, wie wir haben, oder? Okay. Ich mach einfach mal ein paar. Was soll's. Ich verkaufe einfach mal nochmal ein bisschen Goldbars und Stein. Oh, wir können die Town Hall upgraden. Okay, pass mal auf. Wir machen das... Können wir das rückgängig machen? Okay, wir machen das erst. Wir upgraden erstmal uns die Town Hall. Und dann, äh, hauen wir erst richtig rein, was das Ding angeht. Okay, pass mal auf. Ich mach mal die Fischer. Kann ich das für alle gleichzeitig machen? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Du musst das für jeden Einzelnen machen. Oh, nö. Die haben, die haben schon drei von drei. Das ist schon mal gut. Dass die Fischer wieder mal voll arbeiten. Oh, mir ist zu warm. Wie viel Iron Ore haben wir eigentlich noch? Und Goldor 800. Ähm, über 1000 Iron Ore. Okay. Okay, arbeitet ihr jetzt eigentlich schon? Ja. Ah ja, es gibt Milch. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, um da die zwei zu versorgen. Aber, was soll's. Das sind ja die Schokolade. Wir brauchen eigentlich noch einen Coffee Roaster. Das wäre ganz gut, noch einen Coffee Roaster zu machen, glaube ich. Ein bisschen mehr Kaffee. Okay, Cannabis ist, like... Na, Kaffee wär... Kaffee wär ganz gut. Äh, und ich glaube, ich muss wieder Klopapier kaufen. Sobald das hier fertig ist. Ich speede mal wieder ein bisschen ab. Äh... Kaffee Rost... Kaffee, 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 Kaffee. Äh... Klopapier! Wo bist du? Ganz unten, ne? Ah, fast ganz unten. Okay, ich... Ich kaufe noch ein bisschen Klopapier. Äh... Verkauf dafür dann mal wieder... I don't know. Iron Tools möglicherweise. Ah, okay. Ich kann jetzt 420 machen. Okay, das ist nice. Durch das Upgrade, was ich gerade gemacht hab. Oh, das kostet mich 9000 immer noch. Holy shit. Äh... Gut, aber was... Oh, ja, ja. Das machen wir jetzt direkt die Folge noch. Oder es ist sowieso nichts passiert, die Folge. Außer, dass ich kläglich gescheitert bin, da jemand einzunehmen, ja? Na, reden wir nicht drüber, ja? Bitte. Danke. Äh... Ich möchte ganz gern die Town Hall upgraden. Ja, let's go. Na? Oh mein Gott. Town Hall Level 5. So geil sieht die aus. Oh, das sieht echt gut aus. Also, dass sie nicht mehr ganz drauf geht und die Einheiten da ein bisschen nervig sind jetzt, dass wir die da haben. Aber sonst, die Town Hall echt nice jetzt, oder? Oh, so langsam wird es so richtig... Oha. So richtig... Richtig schnuckelig, ja? Würde ich nur ganz gern manchmal drehen hier, weil... Nichts soll's. Äh... Oh, ja. Endlich. Tech Tree. Oh, ja. Endlich. Gemstones in Gold in... Oh, ja. Oh, oh. Oh, nice. Actually, soll ich dieses Ding hier abreißen, ne? Oder die Banken. Ich brauche da auch kein Lagerhaus eigentlich mehr. Paper... Okay, Papermaker könnten wir noch machen, aber bringt uns gar nicht viel. Äh... Ich brauche eigentlich... Äh... Ja, pass. Ich brauche eigentlich noch mehr... Ne, nicht den da. Ich nehme mal zwei Wild Cards. Äh... Habe ich hier die jetzt schon drin, die Bücher überall? Ich glaube, ja. Da konnte ich sie nicht reinpacken. Da habe ich schon Passion Bücher drin. Ist gut. Okay, Produktivitätsbuch. Auch gut. Hier oben kann ich überall noch reinpacken. Oh, es ist weniger Milch und so braucht es echt gut. Glaube ich. Aber okay, wir produzieren davon auch auf jeden Fall ein bisschen was. Aber okay, wir haben eigentlich genug Geld wieder, um nochmal Einheiten zu trainieren jetzt. Nachdem ich es abgebrochen habe. Eigentlich sind die Fregatten halt geil. Aber die brauchen... Die ignorieren halt die Mauern nicht. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist. Aber ich glaube, ich brauche viel mehr Einheiten noch. Äh... Theater, sowas brauchen wir noch nicht. Ich mache mal einen Re-Roll. Ja, komm. Ich nehme die Wild Card und dann mache ich... Mh... Coffee Roaster. Die ist schon cold. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was ist da los? Haben wir keine Kohle mehr? Oh, mein Gott. Nein! Was passiert denn da? Was ist denn da los? Okay, ich muss eine Kohle mehr bauen. Oh, mein... Oh, mein Gott. Was denn... Was passiert da? Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt nicht so ideal. Gelaufen. Ähm... Unsere kompletten Leute sterben, weil... Okay, 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 okay. Slow down it. Wir haben keine Kohle mehr, glaube ich. Aber wir müssen doch noch... Okay, wir haben auch kein Holz mehr. Oh, mein Gott. Kohle. Ich brauche Kohle, schnell. Oh, fuck you. Shit. Okay, ich habe 6000 Holz gekauft. Äh, 1000 Holz gekauft. Oh, mein Gott. Okay, wir müssen uns ganz dringend um Kohle kümmern. Dann brauchen wir einfach noch mehr Kohle Minen. Oder... Können wir das auslagern? Like, können wir... In so einem Gebiet hier... Irgendwo... Bringt das was, wenn ich da so ein Dings hinbaue? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das lief jetzt gerade nicht so toll. Und es sind so viele Leute weggestorben. Okay, ich nehme noch einen Kaffee-Roster. Hier, Kaffee-Roster mit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist jetzt, äh, nicht so ganz, äh, gut gelaufen. Aber ich habe... Okay, welche Gebiete haben Kohle? Dieses Gebiet hier. Und ich glaube, das ist hier drüben, ne? Hier drüben können wir nichts mehr machen. Ist auch okay. Und hier? Wie viel Kohle haben wir da noch? Okay, 39.000 Kohle. Wir bauen da jetzt einfach nochmal so ein... Instant-Ne-Cole-Mine. Okay, damit habe ich echt nicht gerechnet jetzt gerade. Und ich quick-builde die tatsächlich. Die muss sofort in Betrieb gehen. Und ich überlege gerade, ob ich noch eine baue. Einfach, weil ich es kann. Direkt daneben noch eine. Die müssen sofort arbeiten. So, und dann baue ich da jetzt noch irgendwo ein... Storage. Irgendwie eine Storage hin. Irgendwas. Ein Storage wenigstens. Äh, ein Warehouse. Okay, da könnte ich noch weitere Goleminen bauen. Ich will da eigentlich kein Warehouse hinbauen. Okay, die deliveren wahrscheinlich... Die deliveren dahin, oder? Ich bin mir nicht sicher. Okay, und actually, der Kaffee-Roaster passt hier nicht mehr hin, ne? Okay, doch, hier ist so rum. Okay, ich gebe jetzt gerade ein bisschen unnötig viel Geld aus. Aber hoi, oi, 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 oi. Da war ich gerade ein bisschen überrumpelt, dass wir kein Holz mehr hatten. Wir sollten unbedingt auch... Okay, Resource Outpost. Ich mache das jetzt einfach mal und gucke, wie viel Kohle es gibt. Jetzt sagt das, äh... Okay, immerhin... Na, fast 90 Kohle. Besser wie nichts. Oh, wait. Hat es jetzt nicht funktioniert? Ah, jetzt hat es fun... Äh, Game? Hallo? Äh, shit. Okay, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich mache nochmal Rerolls hier. Äh, ich möchte ganz gerne nochmal Bei-Wut haben. Okay. Ne, wir haben hier 100 für den Reroll. Gebe ich nicht aus. Dem Prinzip bleibe ich trotzdem treu. Ich werde wahrscheinlich nochmal Karten kriegen zum Rerollen. Also, hey. Aber holy shit, was war denn da jetzt gerade los? Ja, ich weiß aber nicht, ob der First hier oben arbeitet. So, Kanonen. Auf geht's. Was ich hier gemacht habe, ist einfach nur das, äh, die Lagerhäuser umzuziehen. Und hier habe ich noch einen, äh, Dingsweg. Muss ich mal noch upgraden. Okay. Ja, ist gut. Ja, okay. Ich habe nicht genug Milch, ne? Passion. Well, Passion. Oh ja, Bei-Wut, nehme ich sofort. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch ein bisschen warten. Ah, ne, es ist max 1000, okay. Okay, ich habe instant nochmal 1000 Toils gekauft. Ich möchte eigentlich nochmal, nochmal ein bisschen rollen. Für noch mehr Holz. Okay, Resource Outpost. Ah, die sind so hart abzulehnen. Okay, Bei-Wut, nehme ich nochmal, direkt nochmal reinhauen. Und dann, I guess, ich gehe nochmal für Kohle. Das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach gerade so wichtig, dass ich nicht, über den Winter, dass meine Leute nicht wegsterben. Alter, das ist, ah, das ist terrible gewesen. Das hat sich so schlecht angefühlt. Wir sind runter auf 603 Bevölkerungen. Wir waren bei über 700. Okay, wir müssen mal gucken. Basically, die Häuser hier drüben. Hier, die sind alle leer, hier in der Innenstadt. Okay, pass mal auf, ich reiße hier ein paar Häuser ab. Hey, du bist nicht homeless, du musst hier nur ein anderes Haus suchen. Ich möchte bloß hier keine unnötigen Häuser stehen haben. Und, ganz ehrlich, in dem Fall ist es ein bisschen unnötig, dass ich hier stehen habe. Wichtig ist, dass eigentlich in diesem Radius hier oben alle, okay, hier, die wären okay gewesen. Eigentlich hätte ich die hier unten abreißen müssen, aber das ist okay. Da ist dafür die Schule und, ja, das ist okay. Damit kann ich leben. So gerade irgendwie. Okay. Was ich jetzt hier mache, ist, äh, Kohle direkt. Wenn ich da 420 Kohle kaufen. Ich, ich muss einfach ein bisschen, ich weiß nicht, was da los ist. Coltsnall, das ist alles useless für mich gerade. Wildcard, okay. Why not? Oh, ich bin, ich bin ein Gott für die Leute. Ja, nach dem, was passiert ist. Für die, die übrig geblieben sind, oder wie war das? Und damit, äh, würde ich sagen, ähm, schauen wir mal, ob wir nächste Folge genug Kanonen bauen können, tatsächlich. Äh, um das andere einzunehmen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Vielen Dank.